... im Westdeutschen Abwirkungsverband, dem 1. Platz 2012 liegt, Patrick Waldfurt vom TV-Frieden. Der Mann in der Blaunicke ist 26 Jahre alt, der einen Achtkämpferner von 6 Zielen gewöhnt ist. Niederrhein-Meister 2012 vom SR Düsseldorf-Gerad, Thiemmeister Viziani. Ringrichter Ulf Ulkitzke-Hoskölk. Ringfrei Runde Nummer 1. Ringreich Runde Nummer 1. Ringreich Runde Nummer 2. Ringreich Runde Nummer 1. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.